So, und damit herzlich willkommen zurück bei Workshift Reise Frozen Throne und auch herzliche Grüße von Arthas. So, bevor wir jetzt hier anfangen, eine ganz kleine Kleinigkeit, ihr hört es vielleicht schon, ich habe ein bisschen rumexperimentiert mit dem Mikro, einige Tests gemacht und noch ein paar Sachen optimiert. Bitte steinigt mich nicht, wenn es jetzt eventuell nicht perfekt ist, ich habe es noch nicht in der Folge getestet, aber ich sage mal, man kann so viel probieren wie man will, irgendwann muss man es dann einfach mal richtig machen. Und das ist jetzt quasi der Fall. Ich würde sagen, wir starten die Kampagne und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das mit dem Mikro so besser klingt. Ich persönlich finde es wesentlich besser. Schauen wir mal. So, ich würde sagen, los geht's. Kapitel 1. König Arthas. In der Hauptstadt Lordaeron besprechen Archimonde Schreckenslords in der Nähe der zerstörten Palastgärten die Pläne, die sie für die Geißel haben. Seit Monaten haben wir nichts mehr von Lord Archimonde gehört. Ich habe es satt, diese verwesenden Untoten zu hüten. Was machen wir noch hier? Wir haben die Aufsicht über dieses Land Desserog. Es ist unsere Pflicht, hier auszuharren, bis die Geißel einsatzbereit ist. Stimmt. Aber inzwischen hätten wir irgendwelche Befehle bekommen sollen. Die Legion wurde schon vor Monaten besiegt. Das müssen sie doch wissen. Schwer zu sagen. Aber je länger sie das Kommando haben, desto mehr wirtschaften sie die Geißel herunter. Was? Wer könnte denn wohl... Seid gegrüßt, Schreckenslords. Ich möchte euch danken, dass ihr in meiner Abwesenheit mein Königreich behütet habt. Aber ich bedarf eurer Dienste nicht länger. Prinz Arthas. Dieses Land gehört uns. Die Geißel gehört der Legion. Jetzt nicht mehr, Dämon. Eure Meister wurden besiegt. Die Legion ist am Ende. Euer Tod wird den Kreis schließen. Niemals. Es ist noch nicht vorbei, Mensch. Wir wussten, ihr würdet zurückkehren, Prinz Arthas. Ich bin zurückgekehrt, Lich. Doch ihr werdet mich mit König ansprechen. Immerhin ist dies mein Land. Nun müssen wir das Land sichern, indem wir die letzten Menschen ausrotten. Aber mein König. Die Menschen verlassen bereit ihre Dörfer. Sie fliehen zu den Gebirgstfessen. Wenn sie die Berge entkommen, ist es unmöglich, sie alle zur Strecke zu bringen. Dann müssen wir sie abschlachten, bevor sie entkommen. Ihr Tod wird ein angemessener Tribut für Ner'Zul sein. Wir sind wieder zurück mit König Arthas. Hauptquest. Menschen, Flüchtlinge vernichten. Neun von... Null von neun Städte zerstört. Und es dürfen maximal 20 Menschen entkommen. Vorsicht. Ach ja, die guten alten Untoten ohne Selbstheilung. Das ist schon besser. Ich habe es nicht vermisst. So, wir kontrollieren drei Seiten. Ach Gott, Hilfe. Oh mein Gott. Ner'Zul. Warte mal, ich muss mal... Genau, das ist jetzt die Armee 1. Die 2 nehmen wir hier. So, und dann haben wir hier unten nochmal irgendwen. Sylvanas ist das. So, ja dann würde ich sagen, ist das die Armee Nummer 3. Ich werde eure Augen sein, wenn sie zu bemerkt werden. Tötet die Menschen. Lasst dir nicht entkommen. Okay. Achso, ich muss jetzt quasi hier einfach nur deffen. Achso, das sind solche. Für unsichtbare Einheiten. Oh nein, die entkommen ja. Nein. Das scheiß Pferd. Na gut. Mal einen hier hin. So, Moment. Weil die können mich unsichtbare Einheiten entdecken. Vielleicht haben wir da unsichtbare Feinde. Deswegen lasse ich die mal so da stehen. Und hier nochmal das gleiche. Einmal da hin. Einmal da hin. So. Ähm. Was sollt ihr das hier machen? Wir sollen jetzt hier einfach nur deffen oder was? Oder sollen wir die... Ach, nicht, wir sollen die auch zerstören, ne? Ich packe mal hier ein paar Einheiten drauf. So. Ule will ich eigentlich gar nicht haben. Was haben wir hier? Mal die Kollegen, okay. So. Und sie hat die Benjis. Das heißt... Äh... Voll viele Rohstoffe, ey. Das ist ja awesome. Tja. Na gut, dann gehen wir einfach mal hier voran, würde ich sagen. Frostmohn hat Hunger. Endlich. Wir sollen ja die Städte zerstören und aufpassen, dass niemand durchkommt. Ich sehe gerade oben, kommt schon wer. Frostmohn hat Hunger. Okay. Die Menschen dürfen nicht entkommen. Lockten. Hoffentlich klappt das. Die Toten sollen dienen. Was ist das diesmal? Menschen, flüchtige Miliz, Kap... äh, Kapten. Okay. Hier freut sich jetzt irgendwer her. Naja, wir versuchen mal unser Glück. Mal gucken. Ja, ja. Mal gucken, dass einer von euch die erste Säuberung überlebte. Einerlei. Ab morgen existiert euer selbstgefälliger kleine Orden nicht mehr. Genau. Stirb, du böser Menschen, Paladin. So. Hier unten ist gleich wieder Action, genau. Aber das geht eigentlich ganz gut. Ich habe hier oben nicht aufgepasst. Ich weiß noch nicht, kommen die? Die kommen doch von da oben dann, ne? Ein bisschen aufpassen. Müssen wir immer so ein bisschen die Map im Auge behalten. Wenn die nämlich dann von hier oben kommen, äh, haben wir eventuell ein Problem. Wenn wir nämlich gerade mitten im, äh, im Gefecht sind. Ich hoffe, dass die immer im Kreis kommen. Das heißt, die nächsten müssten dann wieder hier erscheinen. Probe mal. Also hier kann ja jetzt nichts mehr herkommen. Das heißt, wir können eigentlich, in der Hoffnung, dass sie nicht einfach so irgendwo spawnen und uns den nächsten Platz hier vornehmen. Das ist ja eigentlich, ah ja, die Menschenstadt, die große Menschenstadt wahrscheinlich hier. Im Licht von oben. Ich würde gern noch ein paar mehr haben von denen hier. Ja, da kommen sie. Okay. Also die kommen offenbar immer aus den Städten raus. Gut zu wissen. Das heißt, wir können eigentlich uns normal vorkämpfen. Das ist ja relativ simpel bis jetzt, oder? Ey, du Pferd. Stehen geblieben. So. Ja, links, rechts. Ich gehe mal hier links lang. Ich lasse mal eine Monstrosität hier stehen. Was ist das diesmal? Ah, hier. Gucke mal eine an. Meine Gaben grünen. Ich bin hier. Warum wurde ich hart? Sprecht, dumm Kamm. Ich denke gerade, wie wir das am besten machen. Wir können nämlich mehrere Städte gleichzeitig angreifen. Zeigt mir ein Ziel. Im Prinzip kein Problem, ne? Schick mal die mal dahin. Ich habe keine Zeit. Ich habe nachgedacht. Und der kann theoretisch... Ah, ich weiß halt nicht. Die können halt auch noch von oben kommen, ne? Von da. Vorsicht. Naja, wird schon passen. Ah, endlich. Ah ja, hier kommt der Nächsten. Okay. Ja, ich koste ihn sehr, sehr gerne. Zorn schmeckt mir nämlich am besten. Das ist mein Leibgericht quasi. Oh, das stimmt. Du riesiger Milizbefehlhaber. So, wie sieht's hier aus? Oh. Ganz okay eigentlich, ne? Ich muss ihn hier heilen. Hallo? Heilen, schnell! Oh, nochmal heilen. Kein Problem. Oh nein. Oh Gott. Das ist aber blöd gemacht, irgendwie. Weißt du, was ich da mache? Kommt jetzt sicherlich einige durch. Ich werde mich jetzt einfach hier quasi positionieren und werde jetzt mit Arthas den Hauptangriff einfach nur führen. Ach. Füllstoffe ohne, okay. Ich hatte voll aufs Maul. Oha, 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 oha. Was, schon wieder? Wo denn? Ah, den haben wir gar nicht geschafft. Ich kann mich also auch so heilen. Zack. Vollgeheilt. Amana-Trank. Los, du komischer Paladin. Stirb! Vorsicht. Wo ist denn das Pferd hier hin? Weg mit dir. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, ne? Darf nicht zu viel durchkommen. Aber ich denke, wir kriegen das ganz gut hin, würde ich jetzt mal sagen. Die kommen aus diesen kleinen Flüchtlingshäusern raus. So, ich stelle mich jetzt einfach hier hin und regele das mit Arthas. Niemand erteilt mir Befehle. Er kann hier mal patrouillieren, weil hier unten kann ja nichts kommen, ne? Also wenn hier was durchkommt, dann kommen die von hier. Insofern, gehen wir erstmal hier hin, machen das Ding hier platt. Und wir stellen uns einfach mal noch ein paar Monströsitäten hier hin. Soll wir also ein kleines Bollwerk haben, ne? Wir haben ja Zeit. Dürfte ja alles kein Problem sein. Oh, okay. Dann gehen wir zunächst zu einer Stadt. Hier kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen jetzt... Oh, die sind alle gesloat von den paar Magierinnen, ey. Das geht aber relativ einfach, wenn die mal hier... Fokus... So, jetzt. Ich brauche mal einfach noch ein paar mehr. Schule. Und noch ein paar mehr von denen hier. Wir haben halt leider keine Arbeiter, ne? Wenn wir Arbeiter hätten... Ah, die sterben schon auch von alleine, glaube ich. Wenn wir Arbeiter hätten, äh... Dann könnten wir nämlich einfach ein paar Türme bauen. Das wäre dann wesentlich cooler. Aber naja. So. Äh, wo geht's hier lang? Hier ist dicht. Dann gehen wir mal hier lang. Mal kurz gucken. Ja, die haben das hier wunderbar geregelt, ne? Einwandfrei. Was ist das diesmal? Ja gut, dann... Würde ich sagen... Attacke! Das ist schon besser. Vielleicht hätten wir ihn lieber heilen sollen hier. Wohl. Ach, fast schon. So, tschüss, Erzmagier. So, dann heilen wir ihn noch mal. Und dann machen wir gleich die Totenerweckung. Dann haben wir noch ein paar Priester, die uns heilen. Kurz warten noch. So, Totenerweckung. Bam. Ja, geil. Die heilen uns sogar wirklich, ne? Oder? Äh, wo sind jetzt hier welche durchgekommen? Zehn doofen Wohner. Kann da gar nicht sein. Oh, sie sind echt hier durchgekommen. Ja, dann werden wir hier einfach noch ein paar Einheiten nehmen. Und vielleicht auch noch mal ein paar Ghule. Hier so abstellen. So. Und natürlich mehr von den Monströsitäten. Ja, ich kann keine Zigarats errichten. Leider. Schade eigentlich. Na los. Macht sie alle platt. Wir kämpfen uns jetzt einmal nach oben durch. Und dann gehen wir dann so durch die Mitte durch. Fast schon, ne? Guck mal alles hin. So. Aber hier oben ist ja Ende, ne? Wo geht's denn dann weiter? Vielleicht kommen wir auch gar nicht durch die ganze Map mit Arthas. Na, schauen wir mal. Aber hier war ja auch überall Ende Gelände. Oh, okay. Dann weiter im Text. Gehen wir direkt nach unten. Rechtsrum. Also, ich hoffe mal, dass das alles miteinander irgendwie verbunden ist. Ah, endlich. Frostmon hat Hunger. La, 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 la. Dann halten wir ihn hier einmal. Zack. Und dann ihn nochmal. Das heilt schon eine Menge, ne? Wenn du mal überlegst, wie viele Leben die haben. Das heilt schon wirklich aus so viel. Oh, du komischer Paladin. Gibt's aus dem Maul. Die Menschen werden nicht in den Pass. Ah, hier, genau. Na, klappt das? Ja, doch. Sollte eigentlich funktionieren. Und dann können wir hier so ein Ding geben. Bäm. Vorsicht. So, okay. Ja, dann. Endlich. Hier ist noch was. Das ist schon besser. Und dann geht's hier rechts rein. Okay. Endlich. Das ist schon besser. Also, oben hat auf jeden Fall gepasst. Äh, dann schätze ich mal, geht's hier zur nächsten Base. Ich muss hier meine Einheiten sammeln. Ist die auch aus Stufe 3? Weil irgendwie, also viel heilt hier nicht, oder? 6, 7, 8, 9. Naja, so langsam und träge halt, ne? Und dahin. Und dann kann der hier auch noch mal. Was? Was? Ja? Ah, gut, aber. Das ist jetzt nicht wirklich hier eine Welt, ne? Also, das geht eigentlich ganz gut, glaube ich. Wie sie. Okay, dann. Ran an die Buletten. Das ist schon besser. Dann haben wir jetzt die fette Base, oder? Unsere Brüder brauchen Hilfe. Was ist das diesmal? Eigentlich. Achso, hier unten ist noch was. Das ist schon besser. Ja, komm, Schnauze. Stirb halt einfach. So, ich würde mal versuchen, diese Base hier oben zu übernehmen. Angriff. 175 kostet das, okay. Können wir, glaube ich, einmal heilen, ne? Einmal müsste gehen. So, 75, 175. Oh, hier ist aber, hier ist aber eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, das hier zu machen, aber wir haben ja eh genug Ressourcen. Also, insofern, was soll's. So, dann können wir dann gleich hier die Toten wiederbeleben. Mist, der hat ihn geheilt. Oh, guck mal, hier der Kopf und Land bliehen. Können wir die mal irgendwie da durchtrickern? Irgendwie nicht so. Ah, doch jetzt. Ah, ja. So, Tote erwecken. Bam. So, und dann soll's nämlich auch funktionieren, eigentlich. Na, kriegen wir das hin? So richtig klappt's noch nicht, glaube ich. Ach, die würden Paladin, der heilen immer so viel, ey. Scheiße. Komm, äh, ich glaube, wir ziehen uns mal lieber zurück, oder? Ah, die heilen doch alles wieder hoch, diese Idioten, ey. Gibt's doch nicht. Oh, kann ich aber auch. Hier, komm, heilen. Ne, das wird hier nix. Wir ziehen uns mal zurück. Das bringt so nichts. Wir sammeln uns mal hier und machen noch ein paar neue Monströsitäten. Die sind schon echt stark, aber... Naja. So, wie sieht's hier aus? Ja, eigentlich ganz gut, ne? Ich habe die Frage, ob die das jetzt auch so schaffen. Ich würde schon gerne eigentlich auf mehreren Seiten gleichzeitig angreifen. Machen einfach mal, ne? Wir greifen einfach mal hier unten nach oben hin an. Weil die regeln das ja schon, also, das bisschen, was hier durchkommt. Attacke! So. Genau, können wir hier ein bisschen simultanerarbeiten, während wir warten, dass der Arthas Verstärkung bekommt. Das ist doch super. Lalalala. Geht alle kaputt. So, dann geht's hier lang. Ja, unverzüglich. So ist es. Die Geißel wird das Land in Schrecken erfüllen. Ah, komm, sterben alle. Eine Schicksale. Hat ein Level abbekommen, ne? Siehst du. Nochmal Lebensentzug hier. Wunderbar. Ach, komm, die Grusel Rüstung kostet auch nur Geld. Äh, Geld sage ich schon. Mana. Das macht prozentual live Schaden, ne? Vier Prozent Basis-Trefferpunkte. Nicht schlecht. Aber das... Ah, das trifft doch meine eigene Einheiten. Nee, das ist doof. So, hier sieht's auch gut aus. Nehmen wir jetzt hier mal diese Armee auf die drei. Dann hauen wir jetzt hier unten mal die zwei Ritter weg. So, und mit denen hier können wir ja eigentlich schon mal. Na gut, ich weiß nicht, ob wir da weit kommen. Wir brauchen halt echt mehr Truppen für dieses Dorf hier. Das ist halt echt stark. Ja, ja, ja. Wir werden schon noch quitt. Wie die heilen können, ey. Was? Trotz den Typen hier wegnatzen. So. Ah ja, jetzt kommen sie hier. Aber das ist kein Problem. Wunderbar. So, äh, das ist auch klar hier. Dann können wir jetzt nochmal das Dorf angreifen. Sollte ja eigentlich kein Thema sein. Warum gar keine Hilfe? Voll gelogen. So. Das sieht ja schon wesentlich gesünder hier aus. Sprecht, Dummkopf. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Okay, kommt noch was. Wunderbar. So. So, stirb du komische Paar. Ah, wieder. Dieses blöde Gottesschild. Ey, das hält auch voll lange. Hält Ähnlichkeiten immer. So, dann machen wir das hier noch platt. Keine Ponys. Ja, wir töten sie alle. So, gucken, ob das hier auch passt. Ich hoffe mal. So, währenddessen können wir das nächste Dorf eigentlich schon mal überfallen. Das wäre dann hier unten. So, klappt das hier. Ja, das klappt. Ein Problem. Oh, ich habe gerade mich irgendwie vertragen, glaube ich. Warte mal. Zwei. Und das war die Eins. So, dann sammeln wir uns nochmal da oben. Ah, perfekt. La, 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 la. Fünf von neun. Eins, zwei, drei, vier. Also, wir bräuchten, dass sie gar nicht erobern. Aber irgendwie habe ich voll Bock drauf. Ich würde es halt gerne mal probieren, was? Vielleicht bringt es ja irgendwas. So. Na ja, komm, wir versuchen es mal. Auf jeden Fall ist hier eine recht starke Armee. Ah, endlich. Das ist auf jeden Fall irgendwie die Paladine loswerden. So, einer ist tot. Wann haben wir eigentlich genug, ne? Ahm. So, halt dran. Können wir mal schlürfen. Oh, tschüss, Paladin. Stirb. Ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, diesmal gewinnen wir. Vielleicht aber auch nicht. Hier oben. Oh, das sieht nicht gut aus. Obwohl, den Turm noch platt machen, da haben wir es eigentlich schon, ne? Ja. Ist, weil es nur noch eine kleine Armee, aber hey, was soll's. Ja, wunderbar. Haben wir die dicke Base hier auch noch mal platt gemacht. Einwandfrei. Nur muss das. Und wir brauchen nicht immer diese Massenwiederbelebung. relativ easy. So, er braucht auf jeden Fall mal Verstärkung. Warte mal. Schickt man ihm hier ein paar Totenbeschwörer und ein paar süße, kleine Gule. Oh, hier oben ist es noch ein paar Gule, aber die brauchen wir jetzt gar nicht. So, hier sieht's auch gut aus, ne? Gehen wir direkt zum nächsten Dorf. Niemand erteilt mir Befehle. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Vorsicht. Oh, was ist das jetzt? Die Schmerzen sind unerträglich. Was geschieht mit mir? Die Gefahr rückt näher. Die Macht schwindet. Die Zeit wird knapp. König Arthas, braucht ihr Unterstützung? Nein. Die Schmerzen sind weg. Doch meine Kräfte haben nachgelassen. Hier stimmt ganz entschieden etwas nicht. Sollen wir unsere Truppen zurückrufen? Nein. Ich werde die Jagd beenden. Wir lösen dieses Rätsel, sobald unsere Aufgabe erledigt ist. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Hm. Hoffentlich sind wir jetzt nicht wirklich schon hier geworden, aber es sieht nicht so aus. Irgendwas passiert hier auf jeden Fall. Also der Lichtkönig hat uns gerade irgendwie gesagt, ja, da ist was im Kommen und Achtung und bla. Bin ich mal gespannt. Ach, das ist ein dumme Paladin. Ja, komm, weg damit. Hauptquests abgeschossen. Die Paladine töten, aber er lebt doch noch. Voll gelogen. Gehen Sie, bevor Sie den Pass erreichen. Ah, das pass schon. Das schaffen die schon. So, das noch zu stören. Niemand erteilt mir Befehle. Aber komm, hier, nimm dies. Und dann greifen wir direkt hier unten das Dorf an. Und der Kollege hier kann dann im Prinzip auch schon mal direkt dann sich nach oben begeben. Ich weiß nicht, ob er da hinkommt. Er wird dann gleich merken. So. Der Toten. Ui, ganz viele kleine Skelette. Hey, geil. So, er folgt ihm. Er kann mal hier oben dem bisschen helfen. Ich weiß nicht, ob das hier verbunden ist, aber ich denke mal schon, ne? Also ich denke mal, hier oben können wir uns dann gleich treffen. Irgendwie. Ah, hier ist so ein Weg. Genau. Das passt doch ganz gut. So, das geht hier auch klar. Das ist gleich erledigt. Können wir uns dann auch nach hier oben durchschlagen. Und das letzte Dorf noch platt machen. Und sie kann das natürlich dann auch machen. Mal gucken, wer als erster da ist. Wahrscheinlich Keltusers. Also er hier. Oh, guck mal da, ein Heilbrunnen. Das ist ja schön. Er bringt nur den kleinen Ghulen nicht viel. Da kriegt man schon alles hin. Mal hier die fette Armee. Wir werden sie einfach überrennen mit unserer puren Masse. Wir sind wie so ein Sumo-Ringer. Einfach nur mit Masse. Masse regelt. So, Keltusers ist schon am Start. Wunderbar. Turm ist weg. Viel dürften die hier ja auch nicht mehr haben. Ein paar kleine Fuzelanheiten. Und dann ist es gut. Zack. Los, Attacke. So, nun sind sie alle da. Wunderbar. Ja, würde ich sagen, haben wir das ganze Ding hier erfolgreich gerissen. Wir haben zwar ein paar doofen durchgelassen. Aber das war natürlich mit Absicht, ne? Wir wollen ja auch Überlebende haben, die von unseren bösen, schändlichen Taten berichten. Und alle in Angst und Schrecken versetzen. Insofern, diese zwölf werden unsere Botschaft quasi weitertragen. In die Herzen der Menschen. So, letztes Haus im Hauptquest abgeschlossen. Menschen, Flüchtlinge vernichten. Endlich ist die Allianz erledigt. Wenn wir die letzten Nachzügler zusammengetrieben haben, müssten wir... Nicht schon wieder. Ich bin es, der Lichtkönig. Gefahr nähert sich dem Frostthron. Ihr müsst unverzüglich nach Northrend zurückkehren. Gehorcht! Mein König, euch ist nicht wohl. Bringt mich zur Hauptstadt. Vor mir liegt eine weite Reise. Hm, ich glaube, ich weiß, was da los ist. Aber das sehen wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. So, also, ich werde mir auch mal reinziehen, wie sich das angehört hat, quasi in der richtigen Aufnahme. Und wie gesagt, gebt mir mal euer Feedback bezüglich der Stimmenqualität, der, ja, Mikrofonqualität mehr oder weniger. Was sagt ihr? Also, vielen Dank und bis gleich. Ich bin es, ich bin es, ich bin es, ich bin es.